Da sind wir wieder bei Lies of Pizza. Wir haben hier die heulende Mutti ja getroffen, wo wir das Kind entführen müssen. Und wieder zurück in die Seuchenzone. Natürlich alles moralisch sehr unbedenklich. Und da kommt ein dicker Typi. Ich glaube das ist das der Police Dude von dem der andere Mädel erzählt hat. Oh Gott, da habe ich jetzt überhaupt nicht geschaltet. Nein. Oh, 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 no, 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 no. Der ist dicker als ich befürchtet habe. Und ich habe, Ich habe meine Halbpulle ja gar nicht ausgerüstet gehabt. Ah, jetzt habe ich auch noch eine Katze hier. No, 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 no. Katze. Okay, der ist dicker, als ich gedacht habe. Oh Gott, wo bin ich jetzt? Aha, ich habe Pause gemacht. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich glaube, hier bin ich reingekommen. Was ist da? Ja, ich glaube, die Richtung war es. Genau, hier rechts war noch einer drin. Sehr vorhersehbar. Au. Ja, ich glaube, die Richtung stimmte. Genau, da ist noch einer da oben drauf. Der Schmeißer. Können wir ignorieren. Hier genau, hier war der Schmetterling. Alles klar. Weg ist wieder drin. Da könnte ich theoretisch auch durchrennen das nächste Mal. Ja, und da liegt mein Ergo. Alles klar. Gut, der Weg ist jetzt gar nicht mal so schlimm. Warum habe ich jetzt, warum habe ich jetzt die Pulle benutzt? Nein, was mache ich denn hier? Was macht denn die Pulle schon bei dir? Nichts. Sehr gut. No, 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 no. Na, warum greif ich denn hier an? No. Der definitiv eine größere Reichweite als ich. Und ich habe jetzt natürlich auch nichts zu tun. Na ja, aber so. Schmeißen dabei. No. Äh. Nächster Versuch. Ich muss ihm irgendwie die Stands brechen. Ich weiß gerade nicht, warum ich so Probleme mit diesen mittelgroßen Gegnern habe. So. Ja, natürlich. Geht mir doch nicht auf den Sack. Ja, warum? Nein. Ich bin halt irgendwie ein bisschen ein bisschen nicht so ganz bei der Sache. Ah, das war Samstag. Endlich Wochenende. Und ich bin ziemlich im Eimer von der Arbeitswoche. War irgendwie ein bisschen chaotisch. So. Jetzt versuchen wir das hier nochmal. Jetzt habe ich gar nichts mehr zum Schmeißen. Das ist auch gut. Habe ich hier noch irgendwas? Ne, nur die Lampe. Nö. Ja. Lass uns mal verkloppen. Komm her. Komm. Warum blockst du denn nicht mal? Ja. Das geht nix. Nee. Kann ich vor dem wegrennen? Weiter nicht ein Hund. Da habe ich mir auch ein großes Problem. Aber das ist ja, wenn ich jetzt... Ich kann doch einfach von dem wegrennen, oder? Mal runterklettern, weil die können ja nicht klettern. Weil dann gehe ich jetzt erstmal wieder zum... zum Stargäser zurück. Da ist jetzt, äh... Ne? Moment. Da, ja, da kam ich ja. Gut. Schönes Bild. Äh, da rennen wir jetzt mal kurz zum Stargäser zurück. Und holen uns nochmal so ein paar Punkte in... Keine Ahnung. Außerordner. Du gehst mir auf den Keks. Ich weiß auch nicht, ob ich hier durchrennen soll. Ich moin. Ich kann den... Ich kann den... Fernkämpfer ja doch gleich mit meiner Puppenschnur ranholen. Alter. Ich bin... Äh. Legen wir uns mal weg. Ich habe nur die Puppenschnur. Alles klar. Dann müssen wir einmal zurück... zum... Hotelgrat. Das ist ein bisschen... Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich finde das ein bisschen blöd, dass man jedes Mal zurück muss zum Hotel, um aufzusteigen. Auf der anderen Seite, vielleicht passieren da ja auch coole Sachen im Hotel. Und man sollte ab und zu mal zurück. Dann gucken wir nochmal. Ich hatte ja noch bestimmt irgendwelche... irgendwelche Fragmente, die ich benutzen kann. Jawohl. Und davon haben wir auch noch zwei. Wir haben eine Menge. Äh... Wurfobjekte. Das war nur für Aufmerksamkeit. Aber dann nochmal letzte Flucht. Genau, das war zum Zurückziehen. Stufenaufstieg. Fortschritt hat Auswirkungen auf Störungen, Schock und Brechen. Ausdauer hatte nur Stärke. Oh, aber ich bin auch schwer beladen. Muss ich vielleicht mal hier ein bisschen reinpacken. Ja, machen wir nochmal zwei, weil ich bin... wie man da unter Gewicht sieht, etwas schwer. Ich bin immer noch etwas schwer. Aber ich könnte theoretisch, weil ich die andere Waffe eh nicht benutze... ...könnte ich die erstmal ablegen. Und dann bin ich nämlich... ...Charakterinfo... ...ääh... ...steht da jetzt irgendwas von? 47%. Okay, vielleicht sollte das jetzt etwas... ...weniger Ausdauer fressen. Versuchen wir dann nochmal. Haus auf dem Elysium Boulevard. The Boulevard of broken puppets. Was ist das denn für eine Skizze, dieses Rote? Ist das eine schräge... ...schräge... ...eine Schrägseilbahn. So, nächster Versuch. Warte, geht's. Nicht runterfallen, mein Freund. So. Get over here. So. Und du. Brennst jetzt erstmal ins Leere. Perfekt. Du gibst auch Ruhe. Dich da oben ignoriere ich. Einmal durchrennen. Da gefühle ich lauf schneller. So, Mr. Officer. Hey, Mr. Policeman. Meidung und Notrable. So. Komm her. Junge. Nein, nicht ganz. Boah. Da hab ich dir jetzt aber mal voll eine verpasst mit meinen Fabelkünsten. Kannst du mal deine... Ja, ab. Geht doch. Fick dich, Junge. So. Kopf eines Knüppels der Kratpolizei. Das ist ein sehr langes Wort. Waffe wechseln. Zusätzlich Waffen lassen sich unter Menü Ausrüstung. Ausrüsten. Macht Sinn. Äh... Charakterinfo. Ausrüstung. Was hab ich denn da jetzt? Kopf eines Knüppels der Kratpolizei und Griff eines Knüppels der Kratpolizei. Der scalt mit Entschlossenheit. Und da hab ich, glaub ich, gerade nicht so viel. Ah, Charakterinfo. Entschlossenheit. Genau die Info krieg ich jetzt natürlich nicht. Das ist ein bisschen blut gemacht, weil jetzt muss ich, um meinen Entschlossenheitswert zu kennen, erstmal wieder um meine Charakterinfo gehen. Und ich hab bei Entschlossenheit hab ich sechs. Das ist nicht viel. Deswegen bleiben wir erstmal bei meinem Rapier. Und gucken mal. Hab ich da nicht gerade schon aufgesammelt? Ah, zerrissene Kritzelei. Es juckt. Ja, das kenn ich. Jetzt sieht man die Haut ab, sieht man blaues Blut. 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 Hübscher Kokon. Blauer Engel. Freudiger Appetit. Blauer Tod. Was für ein Festmahl. Tod und Tod und Tod. Ich lebe. Es juckt. Finde ich ständig so zettel. So, da vorne war der Dusch. Oh, oh. Warum ist die Tür da gerade aufgegangen? Hat der... Haben die... Haben die Zweihänder? Oh, die können blocken. Was ist das denn? Okay. Die... Die sind gefährlich, ja. Wow. Okay. Also die können auch sein. Das mag ich nicht. Ah, das... Was... Schreit hier so rum? Ein neues Segelzahnrad. Und die Tür kann ich auch machen. Jetzt muss ich mal gucken. Wo führt denn... Ah, da oben ist... Ah, hier ist ja... Ja, ja, alles klar. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Da waren die ganzen Elektrofallen. Alles klar. Also... Mal wieder eine Abkürzung. Jetzt die Frage, wo muss ich lang? Muss ich da lang? Oder... Oh, da ist wieder so ein... Fallding. Aber da liegt noch was Blaues zum mitnehmen. Hier ist abgeschlossen. Da brauche ich wahrscheinlich einen... Schlüssel für? Ne. Okay. Das da vorne sieht irgendwie... Ein bisschen... Ein bisschen creepy aus. Wobei man hier rumliegt. Wie Nignis. Dringliches Reparatur... Ach, das ist sofort Reparatur... Dings. Schieß mich tot. Aber jetzt gucken wir erstmal hier noch in die Bude. Ne. Ist das der Aufzug zum... Zum Stargazer? Bitte, bitte, bitte. Lass es der Aufzug zum Stargazer sein. Das wäre mega praktisch. Oh. Das war eine kurze Fahrt. Aber ja. Jetzt ist der Aufzug zum Stargazer. Yes. Das ist... Jetzt habe ich zwei Abkürzungen freigeschaltet. Das ist sehr gut. Das ist sehr cool. So. Dann gehen wir nochmal... Direkt... Retoure. Und gucken wir mal... Wo wir denn... Dahin hinkommen. Das ist ein sehr kurzer Aufzug. Okay, ja klar. Die sind wiedergekommen. Charge! Oh. Okay, die teilen aus, aber die halten nicht wirklich mehr aus als die anderen. Ich hätte auch gerne so ein Zweihänder. Die sehen cool aus. Okay, den Hund interessiert es nicht. Der Fall ist wieder da. Und das sieht wirklich nicht... Nicht sonderlich einladend aus. Deswegen machen wir hier erstmal einen Cut. Und gucken uns das in der nächsten Folge an. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.